ARD Text im Auftrag von Funk Lava? Was schießt da ein Skelett auf mich? What the fuck? Yo Gamer XD Päckchen! Das stimmt! Nehmt ihr gerade auf? Ja, sonst hätte ich das ja nicht gesagt! Ich dachte ihr hättet schon aufgenommen! Ja, wir wollten ja immer aufnehmen! Ach so! Alter! Also ich muss wie immer sagen, bleibt immer brav, esst euer Gemüse und nehmt euch ein Beispiel an mir, Max und Yo Gamer! Tschüss! Weil wir essen nämlich immer Chips! Mit einem halben Herz davon bekommen! Jetzt bin ich aber Scout! Wie bitte? Ich bin jetzt Scout! Ich erstmal so grad voll... Ich erstmal so grad... Will über zwei Blöcke springen, weil ich jetzt Scout bin! Ich so, ich bin jetzt Scout! Wamm! Spring und fall... Äh... Kratsch voll am zweiten Block ab! Ich verfolge dich und werde dich töten! Junge! Was... Was machst du da? Sorry! Junge, ich schlag mit meinem Level-Up-Ding! Ihr wolltet unbedingt... Ihr wollt unbedingt etwas anderes! Und... Jetzt geht es los! So! Jetzt kommt ein bisschen Action mal! So! Wie jetzt? Man ist dann tot, wenn man runter springt! Wie jetzt? Ne! Kommentare auch noch! Ob ihr einen Hexe... Scheiße! Oh oh! Nicht so gut! Scheiße! Scheiße! Witch! Hexe! Ey, wir sind tot, oder? Ey, wir sind tot! Hey ho Leute! Ähm... Das war das 25-Amo-Special! Yeah! Endlich ist es da! Und äh... Im Hintergrund seht ihr jetzt ein paar Screenshots aus meiner Seite! Minecraft! Ja! Und wie hat euch das 25-Amo-Special gefallen? So! Ähm... Jetzt erstmal danke für 25 Abonnenten! Da möchte ich mich recht herzlich bei euch bedanken! Und ich freue mich auch, dass ihr alle fleißig meine Videos guckt und alles! Ähm... Ich möchte es auch ganz kurz machen! Sorry! Wegen... Ähm... Manchen... Folgen, die da drin waren im 25-Amo-Special! Die... Ähm... Noch nicht draußen sind! Also eine Folge war dabei, die kommt auch noch raus! Aber die eine Folge, wo ich da in Survival Games direkt gestorben bin... Ähm... Die kommt nicht raus, weil ich hab nix, was ich da noch dran schneiden könnte! Und äh... Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal! Ciao!